Hallo, mein Name ist Francesca Falcan und ich stelle Ihnen heute ein neues Programm vor. Heute sprechen wir über die koreanische Firma Bodydu. Bodydu ist eine Firma, die sich mit der Einfachheit und Geborgenheit der Frauen sowie ihrem Komfort beschäftigt. Wie Sie am Logo bereits erkennen können, geht es hier um die unendlichen Möglichkeiten, die Frauen haben. Es gibt eine Sache, die Frauen vor, während und nach der Schwangerschaft beschäftigt und das ist der Komfort mit den Veränderungen des Körpers, mit dem neuen Körperbau, mit den neuen Funktionen des Körpers, mit denen man sich zurechtfinden muss. Dies im Hinterkopf hat eine koreanische Dame diese Firma Bodydu entwickelt. Wir haben verschiedene Produkte, die die Veränderungen des Körpers während, vor und nach der Schwangerschaft unterstützen. So, wie Sie wissen, kommt die Schwangerschaft mit körperlichen Veränderungen. Für Frauen bedeutet das oft Diskomfort oder Unannehmlichkeiten. Dies können wir mit Bodydu verhindern. Vor allem während der Stillzeit ist es eine sehr sensible Zeit für Frauen. Wir können uns denken, können wir nicht bequem einfach einen Stillbehaar ohne Stilleinlagen haben? Können wir nicht einfach bequem uns bequem in unserer Haut fühlen, selbst während wir stillen oder selbst nachdem wir gestellt haben? Mit diesen Fragen im Hinterkopf wurden diese Produkte entwickelt. Ich stelle Ihnen heute ein neues Produkt vor und zwar das ist der Absorber. Absorber, wie Bra aus dem englischen BH, ist ein sehr leichter, feiner, aber sehr saugfähiger BH, der vor allem für Frauen vor, während und nach der Schwangerschaft, aber generell für alle Frauen gedacht ist. So, wenn wir uns das Produkt einmal ansehen, dann können wir ganz deutlich sehen, es schaut aus wie ein ganz normaler BH. Wir haben keine dicken Pads, wir haben keine dicken Einlagen, sondern sehr dünnes und feines Material. Wenn man das anfasst, es fühlt sich stark an, aber es fühlt sich nicht dick an, es sanft, eher wie ein Sport-BH als ein gewöhnlicher BH. Wie können wir uns das vorstellen? Das können wir uns vorstellen wie ein saugfähiger Schwamm, aber der Schwamm ist sehr dünn. Es werden Pads mitgeliefert. Diese Pads sind eigentlich, um die Brustwarzen beim Ausgehen zu verdecken. Sie können abgenommen werden, jedem nach Bedarf. Das ist kein Problem. Das heißt, sie können die BH auch alleine verwenden. Das ist auch ein Problem. Für normale Frauen, die nicht stillen und den BH einfach im Alltag tragen wollen, ist das eher wie ein sehr angenehmer BH oder ein Sport-BH ohne, oder ein Bralette eher gesagt, ohne Zweige, ohne Haken, ohne Verschlüsse hinten, ohne großartige Tinten, da müssen sie sich keine Sorgen machen. Für Frauen, die stillen oder schwangere Frauen, ist es eine Art, sich trotzdem wohl zu fühlen. Sie sehen hier schon, wir haben drei wunderschöne Farben. Wir haben Schwarz in verschiedenen Variationen, ein sehr leichtes Lavendel und dann natürlich ein Nude. Gleichzeitig haben wir Größen 70 bis 105, was das Band angeht und von der Körchengröße reicht von A bis E. Wir haben ein sehr funktionelles Produkt, gleichzeitig aber auch sehr süß. Wichtig sind die Funktionen, also er ist sehr absorbant, er ist sehr schnell trocknet, er ist wasserabweisend außen und er hat auch antibakterielle und schweißeinsaugende Fähigkeiten. So müssen Sie sich keine Sorgen machen. Gleichzeitig ist das Produkt sehr umweltfreundlich. Warum ist das Produkt umweltfreundlich, fragen Sie jetzt bestimmt. Naja, was wir bis jetzt kennen, sind sogenannte Stilleinlagen. Eine durchschnittliche Brau verbraucht ungefähr acht Stillanlagen am Tag, was sich häuft, das heißt hier Müll und die Verschwendung ist hier sehr groß. Wenn Sie den Absorbber benutzen, müssen Sie sich um solche Dinge keine Sorgen machen, das heißt wir haben viel weniger Müll, weniger Verschwendung und eine bessere Umwelt. Dementsprechend wurde es auch von Ocotec bestätigt, es ist ein zertifiziertes Material, das als nachhaltig angepriesen wird. Hier müssen Sie sich also keine Sorgen machen, alle notwendigen Zertifikate, um sich auch nachhaltig zu denken, wurden hier abgeliefert. Es sind 100% heimische Produkte für Korea, also alles made in Korea. Die Markenregistrierung befindet im In- und Ausland, so wie in den USA, China und Japan bereits statt. Wie ich zuvor gesagt habe, der BH ist auch antibakteriell, was sehr gut ist, da bei der Stillzeit natürlich nicht nur ihr eigenes Körperbefinden, sondern auch das Körperbefinden des Babys sehr wichtig ist. Das bedeutet, alle möglichen Bakterien, die sich bilden können, werden durch den BH abgewiesen. Wir haben hier auch ein kleines Experiment durchgeführt und zwar hat die Studie ergeben, dass dieses Material mehr als doppelt so schnell Feuchtigkeit absorbiert als andere Materialien. Das heißt, es ist nicht nur, was wir sagen, sondern es gilt auch wirklich. Zuletzt zeige ich Ihnen noch, wie schnell der BH-Wasser absorbieren kann. Wenn wir uns einmal die Innenseite anschauen, ich demonstriere das am hellen BH, damit Sie das auch gut sehen können. Er ist ganz sanft und es fühlt sich gut an. Geben wir hier Wasser drauf und das ist sofort drei Sekunden. Sie sehen, hier ist es noch abgebildet und jetzt sofort kommt nichts. Es ist alles aufgezogen und es fühlt sich ganz sanft an. Da die Körpertemperatur beim Stillen höher sein kann als bei anderen Frauen ist dies wichtig, dass das Wasser schnell und sanft eingezogen wird für ein gutes Körperbefinden. So, das sind die wunderschönen Produkte, die Frauen vor, nach und während der Schwangerschaft sowie jede Frau im Alltag unterstützen können. Ich hoffe, Sie bald wieder zu sehen mit einer neuen Präsentation. Mein Name ist Francesca Falcao und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.